Hi, finally! So, das wurde aber auch Zeit. Nachdem ich in Lima, Cusco und Chocogirao war, habe ich es nun endlich in die Hauptattraktion Perus geschafft. Machu Picchu! Ich stehe hier auf dem Berg Machu Picchu, dem Namensgeber für die Inka-Städte. Dort drüben könnt ihr den Huayna Picchu sehen. Es ist möglich, dass man auf diesen Huayna Picchu hinaufsteigen kann, das dürfen allerdings nur 400 Leute pro Tag und leider gehöre ich nicht zu den glücklichen Auserwählten. Ja, schauen wir mal. Erbaut wurde die Stadt einer Theorie zufolge um 1450 auf Befehl des Inka-Herrschers Pachacutec Yupanqui, der von 1438 bis 1471 regierte. Am 24. Juli 1911 wurden die Ruinen von einer Expedition der Yale Universität unter der Leitung von Hiram Bingham durch Zufall wiederentdeckt. Die UNESCO nahm Machu Picchu 1983 in die Liste des Weltkulturerbes auf. 2007 wurde Machu Picchu zudem im Rahmen einer Privatinitiative von weltweit 70 Millionen Menschen zu einem der neuen sieben Weltwunder gewählt. Ich könnte noch Stunden diese Aussicht hier genießen, jedoch ist diese Videoblog-Episode zu Ende. In der nächsten Episode geht es weiter gen Süden, zum Titicacasee, wo wir die Ureinwohner besuchen, die Urus. In diesem Sinne, bis bald! Musik Euch hat das Video gefallen? Dann zögert nicht, den Like-Button zu drücken. Abonniert den Kanal und schaut Euch auch die anderen Videos an! Musik 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 Musik